Liebe Freunde und Familie des Spa & Resorts Bachmann-Weissach, die Corona-Krise hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Ich erinnere mich noch, als die Krise begann, vor dem Shutdown, haben wir sofort drastische Maßnahmen ergriffen. Wir haben zwei Tage bevor wir mussten das Hotel geschlossen. Wir haben zwei Wochen vor dem Shutdown noch Infektionsschulungen für alle Mitarbeiter extra gemacht. Wir haben allen Gästen Desinfektionsmittel gegeben, allen Mitarbeitern Desinfektionsmittel. Wir konnten sogar Atemschutzmasken für die Mitarbeiter besorgen. Wir haben sogar, das wirkt heute fast rührend, aber wir wussten nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden, für alle Mitarbeiter palettenweise Lebensmittel und Hygieneprodukte gekauft. Jetzt haben wir diese Pandemie relativ gut durchlaufen und haben uns aber schon sehr schnell nach dem Shutdown überlegt, wie müssen wir vorgehen, dass wir ein Maximum an Sicherheit für unsere Gäste und für unsere Mitarbeiter gewähren können, wenn wir wieder aufmachen. Jetzt sind wir freudig und glücklich, dass wir am 30. Mai wieder aufmachen dürfen und Sie bei uns herzlich begrüßen. Und dafür haben wir uns einen ganzen Strauß an Sicherheitsmaßnahmen einfallen lassen. Wir haben ein 30-seitiges Sicherheitshandbuch geschrieben und das würde zu weit führen, Ihnen jetzt das alles zu erzählen. Aber nur auszugsweise vielleicht ein, zwei Dinge für Sie zur Erklärung. Beispielsweise im Kids Club ist ja ein riesen Problem, wie handelt man das? Kinder sind wild und wollen spielen und wollen sich bewegen. Darum haben wir gesagt, dass wir den Kids Club ab vier Jahren ermöglichen und dann immer für zwei Stunden Slots, dass jedes Kind am Tag zwei Stunden in den Kids Club gehen darf. Plus wir haben die Anzahl der Kinder pro Raum begrenzt und uns entschieden, dass wir die Arena ganztägig öffnen, sodass die Kinder dort springen und hüpfen und Spaß haben können. auf großem Raum und die Gefahr minimiert ist. Und so haben wir ganz viele Dinge, Sie werden es dann sehen, wenn Sie uns besuchen, um Sie zu schützen und wir freuen uns riesig, wenn Sie wieder kommen. Ich glaube sagen zu dürfen, es gibt kaum einen sicheren Ort als das Bachmeier-Weissach. ich glaube, es wird nur um Sie uns besuchen. Ich glaube, das ist einfach nicht. Das ist einfach nicht. Ich glaube, es gibt kaum einen Moment. Ich glaube, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft mit dir, dass wir in der Zeit! Untertitelung des ZDF, 2020